Allöchen Leute, IceH88 zurück am Mikro und ihr seht gerade im Hintergrund ein bisschen Left 4 Dead 2. Das ist ein kleines Ankündigungsvideo, denn ich streame heute Abend um 19.30 Uhr nochmal eine Runde. Spiele stehen noch nicht ganz fest, also Left 4 Dead 2 wird auf jeden Fall online eine kleine Runde gespielt. Und sehr sehr wahrscheinlich auch wieder DayZ. Ich gucke mal, ob ich den Xedas heute erreicht bekomme, dass der vielleicht mitspielt oder sogar der Micha. Oder vielleicht beide zusammen sogar mal schauen, was dabei rumkommt. Zum zweiten Punkt, ich habe mich entschieden, mit dem Let's Playen jetzt selber nicht aufzuhören, sondern wirklich nur noch einmal die Woche zu streamen. Und weil es mir derzeit einfach nicht möglich ist, ein bis zwei Videos am Tag rauszuhauen, das kriege ich einfach nicht mehr hin, weil Arbeit und Privatleben, nö, nö, funktioniert nicht. Deswegen einmal die Woche, vielleicht zweimal die Woche streamen auf Twitch. Den Link werde ich natürlich unten wieder reinhauen. Und ich freue mich, euch heute Abend dann im Livestream zu sehen. Also, H88, over and out. Bye.